Schön, dass du da bist. Ich bin Cora, willkommen zu dieser Yin-Yoga-Klasse zur Regeneration und Selbstheilung bei emotionalem Trauma. Traumatische Erlebnisse setzen sich oft im Bereich der Hüften oder im Solarplexus fest. Das kann bedeuten, dass du schwer atmen kannst, als wäre dort eine Blockade. Diese Yin-Yoga-Klasse versucht diese Blockaden zu lösen, auf körperlicher Ebene und auf emotionaler Ebene, begleitet mit Affirmationen, die dich erden. Du brauchst ein Bolster und eine Decke für diese Praxis, ansonsten nicht mal eine Matte. Und wenn du soweit bist, dann lass uns beginnen. Wir beginnen im Schmetterling mit einem Herzöffner. Bring dafür deine Fußsohlen aneinander und lass deine Knie nach außen fallen. Leg dein Bolster hinter dir ab und lege dich über den Bolster. Lass deine Arme links und rechts von dir ausgebreitet und komm an in deinem Körper hier in diesem Moment. Spüre, wo du fest bist. Mach eine kleine Bestandsaufnahme von deinem Körper. Spüre deine Fußsohlen und deine Waden. Spüre deine Knie und deine Oberschenkel und deine Hüften. Spüre, dein Bauch ist dein Bauch weich. Oder bist du angespannt. Und wenn du angespannt bist, lass deinen Bauch ganz bewusst ganz weich werden. Spüre deine Wirbelsäule und seinen Brustkorb. Und wie mit jedem Einatmen deine Rippen ein Stück auseinandergezogen werden. Und sich deine Wirbelsäule etwas mehr in die Länge zieht. Spüre deine Schultern, deine Arme und deine Hände. Und deinen Hals, deinen Nacken und deinen Kopf. Erlaube dir selbst, jetzt hier zu sein. Erlaube dir selbst, loszulassen und zuzulassen. Und wenn du magst, wiederhole diese Affirmation mit deiner inneren Stimme. Ich bin in Sicherheit. Ich bin nicht das, was mir passiert ist. Ich löse mich von negativen Energien. Ich habe keine Schuld. Wir kommen während dieser Praxis immer wieder zu diesen Affirmationen zurück. Vielleicht kannst du dich mit allen identifizieren. Vielleicht nur mit ein oder zwei. Das ist fein. Oder vielleicht hast du eine andere Affirmation, die du für dich wiederholen möchtest. Mach das so, wie das hier heute für dich passt. Löse dich langsam und falte nach vorne über deine Füße. Lass deine Fußsohlen aneinander, Knie bleiben außen. Falte ganz weich nach vorne hier, wenn du magst. Leg dein Bolster über deine Füße, um deinen Oberkörper abzulegen. Gib hier alle Verantwortung ab. Und spüre in deine Hüften hinein. cap across die ganze Hüften hineinge. La Amen. Ich bin Insicherheit. Ich bin nicht das, was mir passiert ist. Ich löse mich von negativen Energien. Ich habe keine Schuld. Ich habe keine Schuld. Ich löse dich langsam und bring deine Füße auseinander und komm in eine weite Grätsche. Leg deinen Bolster und deine Decke vor dir ab, sodass du bequem nach vorne falten kannst. Lass dich hier im Moment ankommen. Lass los und lass zu. Lass dich hier im Moment ankommen. Lass dich hier im Moment ankommen. Lass dich im Moment ankommen. Lass dich im Moment ankommen. Lass dich hier im Moment ankommen. Ich löse mich von negativen Energien. Ich habe keine Schuld. Ich habe keine Schuld. Ich löse dich und komm auf deinem Rücken zum Liegen und zieh beide Knie zur Brust. Lass dich von der Schwerkraft in den Boden ziehen und sei ganz passiv in diesem Moment. Lass dich von der Schwerkraft in den Boden ziehen. Lass dich von der Schwerkraft in den Boden ziehen. Ich bin nicht das, was mir passiert ist. Ich löse mich von negativen Energien. Ich habe keine Schuld. Ich bin nicht das, was mir passiert ist. Ich bin nicht das, was mir passiert ist. Von hier löse dich und drehe dich auf deinen Bauch. Finde deinen Frosch, indem du deine Knie weit auseinanderbringst und die Hüften auf Höhe deiner Knie lässt. Wenn du magst, leg deinen Bolster unter deinen Oberkörper und deine Hüften, um dich entspannen zu können. Spür die passive Dehnung. Spür die passive Dehnung in deinen Hüften und lass los. Spür die passive Dehnung in den Boden ziehen. Spür die passive Dehnung in deinen Hüften und deinen Highschern. Spür die passive Dehnung in deinen Hüften und deinen Hüften oder die Hüften und deinem Hüften. Ich bin in Sicherheit. Ich bin nicht das, was mir passiert ist. Ich löse mich von negativen Energien. Ich habe keine Schuld. Ich bin nicht das, was mir passiert ist. Ich bin nicht das, was mir passiert ist. Und komm einfach auf deinem Bauch zum Liegen und spür einen Moment nach. Ich bin nicht das, was mir passiert ist. Ich bin nicht das, was mir passiert ist. Bring den rechten Fuß hinten rüber auf die linke Seite für deine Broken Wings. Spüre deinen Brustraum und deinen Solarplexus und lass hier weiter entstehen. Ich bin nicht das, was mir passiert ist. 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 Ich löse mich von negativen Energien. Ich bin nicht das, was mir passiert ist. Ich bin nicht das, was mir passiert ist. Ich bin nicht das, was mir passiert ist. Und roll dich auf deine rechte Seite und wenn du magst, bring deinen linken Fuß auch über auf die rechte Seite und spüre hier in deinen Herzraum seinen Solarplexus hinein und lass weiter entstehen. Ich bin nicht das, was mir passiert ist. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Löse dich und finde deinen Shavasana. Lass deine Fußspitzen nach außen fallen und dreh deine Handflächen nach oben. Spür deinen Körper und spür die Schwere deines Körpers und spür den Raum, den du geschaffen hast. Atme tief, lass deinen Atem groß sein. Spüre, wie du jetzt einfacher atmen kannst, wie du vielleicht Blockaden gelöst hast. Sprecher, wie du jetzt bist. Sprecher, wie du jetzt bist. Sprecher, wie du jetzt bist. Ich bin Insicherheit. Ich bin nicht das, was mir passiert ist. Ich löse mich von negativen Energien. Ich habe keine Schuld. Ich bin nicht das, was mir passiert ist. 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 Und dann komm langsam mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück und atme ganz tief ein. Und beginne langsam wieder deinen Körper zu spüren, die Schwere deines Körpers. Und dann bewege das, was jetzt bewegt werden möchte. Und bring deine Handflächen zueinander und reib sie ganz, ganz fest aneinander. Bring die Wärme zu deinem Gesicht. Und wenn du magst, roll dich rüber über deine Lieblingsseite und komm wieder an in einem aufrechten Geradensitz. Bring deine Handflächen zueinander ins Anjali Mudra und bedanke dich bei dir selbst für die Zeit, die du dir heute geschenkt hast. Und dann bring deine Daumen zu deinem dritten Auge für klare Gedanken. Und dann bring deine Daumen zu deinem Mund für wahre Worte. Und deine Daumen zu deinem Herzen für ein reines Herz. Schön, dass es dich gibt und danke, dass du heute mit mir geübt hast. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.